wieder hochlaufen ich muss ich wollte nicht alle rein naja, zur Klänge, X jetzt ich wollte warten dann tauchen die Winx nicht auf ja, ja ich werde noch oft sterben das weiß ich jetzt schon das wird nicht das letzte Mal gewesen sein really, 50? das hätten zwei Händen, ne? mit zwei Händen ist immer so das Problem ich will trotzdem nochmal nach oben wieder hoffentlich tauchen die nicht nochmal auf aber die sind auch verdammt stark hat man gesehen aber ich wollte es so machen was habe ich natürlich nicht gemacht so gemacht wow was sind das denn? nein ich schienbogen ich weiß halt nicht wie stark die Viecher sind okay na gut hui da sind ja noch mehr von den Viechern so erstmal speichern ein blauer Moplin die werden auf jeden Fall noch stärker sein siehst mich nicht ja da ist was runtergekollert egal äh ich wollte einmal nicht essen ach ich kann den auch so nehmen ups das wusste ich gar nicht ich wollte einmal einen Apfel da reinlegen funktioniert das? ja ich habe so viele Äpfel ups klar ui du hast mich entdeckt na sicher doch tschüssi hoho Sender ui 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 dann ist das fliegende Ding nach da war noch ein Tempel da war das eigentlich wollte ich da rüber der ist da ein Sport das hilft doch gar nicht dabei ne mh laufen klettern oder schwimmen ne da ist ja noch einer nein hohoho gott diese Mistviecher vergiss es nein vergiss es will der mich verarschen hat er mich getroffen sorry dass ich so geschrien hab man gott ich sollte mal an dieser Stelle speichern aber hat oben gespeichert hoffe ich mal ne ja gott sind die Dinger gemein kriege ich die denn kaputt kriege ich die überhaupt kaputt da hinten ist ja noch einer wie viel sind denn hier wie sieht er mich wenn ich hier hin gehe ähm die Lanze ist kaputt nice nein weg hier okay das Ding ist Schrott oi 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 das hält aber auch was aus das Vieh mh ich weiß auch gar nicht warum der gerade so gehackelt hat ich speichere einmal ich glaube der hat selber gespeichert aber ich speichere selbst nochmal hm okay der sieht mich nicht von da oh ich wollte gerade schon sagen aber der macht da ja nichts mh das ist das Problem den müsste ich wahrscheinlich auch noch vorzustören ne das weiß ich jetzt gerade nicht oi 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 hopp hopp das kann nämlich gut sein dass ich den auch noch zerstören muss der hätte auch ganz schön viel Leben ja ich vermute mal ja die haben auch eine ganz schöne Reichweite die Dinger ja jo wahrscheinlich du Drecksding äh Moment mal halb Minuten geht das Ding nein hast du los was ich soll da oben speichern ah Gottchen ey und vielleicht kurz mal was anderes probieren wie kann ich loslassen aber elf Minuten hey das Ding ja ne ah auf x ist loslassen hm ähm öps wow das war dämlich die haben zu wenig Ausdauer das ist auch so das Problem hm ich weiß noch nicht mal wie die Ausdauerrezepte waren aber wir sollen beim Klettern ja schneller sein ne aber irgendwie merke ich davon nix oh da kommt mir das nur so vor hm 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 speichern so hm oh Gott jetzt bin ich noch höher hm äh ich speichern nochmal nein vergiss es oh diese Dinger ne sind ja katastrophal aber wenn ich dann oben bin kann ich wenigstens wegsegeln ja ich wollte gerade sagen sieht er mich nicht mehr ok ab hier nicht mehr oi 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 aber ich speichere trotzdem nochmal sicher ist er sicher weil ich weiß ja nicht ob er mich gleich auch noch sieht ob da gleich wieder was kommt lalalalala okay ich bin oben endlich hat ja auch nur Jahre gedauert die dinger sind echt zu nerven datenübertragung beginnt wenigstens können wir jetzt porten hier ok eine karte der umgebung wurde hinzugefügt da vorne ist noch das ok das sind noch solche stellen aber ich glaube nicht dass ich wieder falsch gedrückt habe das doch das ist vor den mauern da müsste das dahinten engel sein wenn es das ist oder hier vorne irgendwo oder auch nicht oder auf der anderen seite irgendwo da kommst du mal nein diesmal nicht da ist auch noch so ein ding gott die dinger sind ganz schön ätzend weil die dich ja mit einem schuss erledigen oder kann man das abglocken was weiß ich auch nicht momentan haben wir auch noch nicht so viel leben kommt ja auch noch dazu der tempel war da vorne irgendwo ne da hm hallo hallo frage ist halt wo ist das ding was man da sehen kann was fliegt da denn rum was fliegt da denn rum w tf ich verzieh mich tschüss das wird nix das wird auf jeden fall nix ich weiß schon wenn ich da lang lauf dann sterbe ich wieder hier ist halt ja gut wir sind am schlossen ne deswegen ist es auch kein wunder dass hier so viel los ist deswegen ist es auch kein wunder ich brauche echt ein pferd ähm ist das doch das ding hier vorne ah gott ja ist es das problem ist der richter da vorne kann er sich nicht mal verziehen kann er nicht mal abhauen ja es ist das nice held von hyrule vom heiligen bannschwert erkoren du hast unerschütterlichen mut und vollendete schwertkunst unter beweis gestellt ich segne dich im namen der göttin hylia ob du durch die lüfte fliegst durch die zeiten wandelst oder in die schatten eintauchst das schwert ist immer ein teil deiner seele du und das bannschwert ihr möge von kraft von mut und von weisheit erfüllt sein oh wann schwert das unvorstellbare zeitgeber da mann oh mann geht's noch dramatischer was redest du da ja der edle ritter ist jetzt ihr leibwächter diese alte zeremonie dafür nachzuäffen war doch deine eigene glanzidee naja meine meinung zu den burschen kennt ihr und die prinzessin sieht auch nicht gerade begeistert aus oder bei ihr ist es kein wunder er hat sein schicksal erfüllt sie dagegen konnte es nie tja er erinnert sie stets an ihr scheitern nice jetzt einmal schnell weg es war ja nämlich klar dass er mich sieht jetzt das war nämlich klar da vorne ist auch noch eine ich bin weg tschüss ich sagte ja ich bin weg tschüss oh Gott aber wir haben eine neue erinnerung das ist sehr gut da vorne war er nämlich mit einmal wieder oh gut dass man sich weg teleportieren kann ich wollte da sowieso weg also ich wollte da hinten wieder nochmal auf ja kam hat das schreien moment mal hier ist das nicht einfach von hier oben da lang naja oder auch von hier da wollte ich da wollte ich hin ich bin fast schon in der falsche richtung gerannt nice das nehme ich noch einen schreien oben eigentlich wollte ich ja richtung titan gehen aber irgendwie mache ich gerade die prüfung aber ist ganz gut wir misst vier marken ne sechs sogar das fehlen noch zwei stück dann können wir zwar mehr herzen auffüllen also erweitern was ganz gut ist hier ist ein rätsel ein rätsel ich soll ich sollte auch nicht springen geht das hier rauf das war falsch ok Okay. Nee, das ist nicht. Nee. Seh ich das irgendwo dran? Lass mich mal richtig drauf. Es ist auf jeden Fall ein Rätsel. Ansonsten geht das ja hier nicht. Hm. Ah, keine Ahnung. Vorne ist auch irgendwas. Ups. Was ist denn das hier? Ah, hier fehlt ein Stein, ne? Aber wo? Wo ist der denn? Da ist ne Ente. Da fehlt auf jeden Fall ein Stein. Zum... Nee, jetzt sieht das dann aus. Mir liegt da auch einer. Klang, 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 klang. Okay. Ui, du hast mich entdeckt. Tschüssi. Neun Stück haben wir jetzt schon. Aber ich frage mich immer noch, wie das da oben geht. Oh, die elf Minuten sind da gleich schon oben. Nice. Der Tempotrank ist leer. Und ich weiß nicht mal, wie ich den hergestellt habe. Es ist ja nur die Rezepte, wenn du raufgehst. Aber wie geht das? Die ist wieder hier vorne gelandet, ne? Wenn man weg geht. Oh. Lass mich. Was ist denn das? Aquameelbrücke. Nerven mich doch nicht. Okay. Meine Güte, ey. Stachelmobkeule. Eine verbesserte Version der Mobkeule, die auf der Schlagseite mit Tierknochen versteckt wurde. Dadurch fügst du den Opfer deutlich mehr Schaden zu. Meine Güte, ey. Also in der Nacht hier rumlaufen ist auch so nicht gerade förderlich für meine Gesundheit. Wir brauchen noch mehr Feuersteine mal wieder, ne? Da, 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 la, 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 la. Ne, ich krieg das wahrscheinlich wieder hin, dass das nicht geht. Doch, geht. Ich überspring mal die Nacht. Wenn's halt schon funktioniert. Okay. Gott, sieht das hier aus. Sollten wir hier eigentlich schon sein? Kann man das fotografieren? Nö. Hört sich so richtig ungesund hier an. Okay. Da hast du mal ein Vordergefungen gemacht. Klar. Taucht doch einfach auf vor mein Gesicht. Mist, wie. Ich hasse es. Diese Steuerung, ey. Ausdauerhonig. Ups. Da wollte ich drücken. Ausdauerhonig. Okay, diese Geräusche, ne? In dem Ding. Problem ist... Ist das nur wie ne Gegner da, ne? Oder was ist das? Ist das... Ne, das ist ein Lager. Ich speichere mal ganz kurz. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier absauf oder nicht. Sonst war's noch voll. Sonst war's noch voll.